Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Die Leute schauen uns auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Ich bin kein nationaler Chancen-Starter oder kein Ameriker. Ich bin der Justus König, der Abenteuer der YouTuber aus Würzburg. Der Hobby-Youtuber, der Freizeit-Youtuber. Damit er nichts Geld verdient. Das ist nur Hobby-Spaß-Freizeit. Deswegen sind wir nicht so groß. Wir sind einer von den Kleinen. Mit 2000 Abonnenten. Über 2 Minuten Aufrufe. Ist man noch klein. Ja, gut. Aber es gibt noch kleinere. Die 100.000 Abonnenten sind. Oder 150 und längere sind. Okay. Jedenfalls. Heute ist Donnerstag. Es ist heute ein windiger, kalter Donnerstag. 10,5 Grad. Das Wind gefällt sich an den 5 Grad. Deswegen fahre ich heute mit dem Auto rum. Nicht mit dem Quad. Morgen fahre ich mit dem Quad. Heute wollte ich mit dem Quad fahren. Aber heute fahre ich mit dem Quad rum. Morgen ist schönes Wetter. Und so weiter. Deswegen fahre ich da wieder morgen im Quad. Und heute will ich euch zeichnen von meinem King Alex BMW. Das ist hier ein BMW. Der 3-Reihe. X3. Mit M-Packet. Sportkacket. 2 Liter Turbo Diesel Maschine. 190 PS. Allrad. Alcantara Leder hier. Da hinten. Euler 2010. Euronorm 5 Diesel. Und hat dann Edelstahl Sportauspuff. Viele sagen, ey, Edelstahl Sportauspuff bringt beim Diesel auch gar nichts. Ja, aber ich habe einen von Supersport. Und den mache ich heute mal richtig einen Geräuschtest. Mit dem Handy. Mit dem GoPro habe ich, finde ich, hat es nicht so richtig gebracht. Aber mit dem Handy kann es besser machen. Habe ich das Handy ein bisschen hingestellt. Und man kann ja richtig hören, dass bei hohen Drehmann das auch richtig anders anhört, als wie der normale Standortauspuff von Diesel. Es hört sich anders als der original, der mit so einen komischen DDM Look hat. Also der Auspuffendopf hat auch heißen DDM Look. Finde ich als Auspuff vom Bus. Der Auspuff, weißt du schon? Auspuff vom Bus. Hat ausgeschaut. Und der hat nicht so gut Geräusch gemacht. Der andere hat gut Geräusch gemacht. Der jetzige. Macht guten Geräusch. Steht der selber? Könnt er selber hören. Finden. Diesel. Klar, dass man jetzt denkt, ich habe einen Sportauspuff drauf. Jetzt hat man einen V8 Sound. Nein, das ist ein Diesel. Aber mindestens hat er einen anderen kärrigen, kernigen Knack bei höheren Drehmann. Und dann kann ich so hrrr. So ungefähr. Kann man sagen. So was so hrrr. Let's hrrr. Kann ich noch vor. Das kann er selber sehen im Video. Ich wünsche euch viel Spaß an's Zuschauen. Danke fürs Einschreiben, für ein Up and Action. Let's Play Video. Das war in der Mitte. Ich bin nicht zufrieden. Das war in der Mitte. Ich bin schon auf. Ich bin schon sehr, wenn es mehr her picked. Ich hab das. Und das gemacht, ich bin jetzt zufrieden. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020